so bevor es los geht aber noch ein kleiner sneak peek hier für unser classic evolution 100 poster wovon es nur 100 stück gibt kurz hin für euch das poster das ist noch erhältlich in unserem shop das heißt wer eines von diesen 100 post dann haben möchte soll jetzt in die video beschreibung gucken da gibt es einen link zu dem poster wir haben noch ein paar davon über das heißt wer sich unbedingt noch so einsichern möchte sollte schnell sein weil es sind wirklich nur noch eine handvoll verfügbar deswegen beeilt euch sehr schnell und hier seht ihr es mal in ein gerahmter version natürlich ist der fotorahmen kein bestandteil der lieferung aber so würde es ungefähr aussehen wenn es zu hause hängen ab beziehungsweise in einem bilderrahmen habt so 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 Vielen Dank. Vielen Dank.